Guten Morgen, Leon. Sie sind es nur Doktor. Wie geht es dir heute? Gut, gut. Was ist das hinter deinem Ohr? Eine Zigarette. Wofür ist sie? Die ist nicht für mich. Und für wen ist sie? Sie ist für mich. Hast du ein Problem damit? Nein, überhaupt nicht. Gut. Doktor. Ich meine, sieben lange Jahre an der Uni. Und was weiß ich noch alles. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie du es geschafft hast, hier in diesem Stuhl zu sitzen. Also benimm dich besser. Darf ich fragen, wer sie sind? Ich? Ich bin der Boss. Mir gehört dieser Laden hier. Mir gehört auch alles andere. Und weißt du was, Dok? Du. Du gehörst mir auch. Und jetzt? Jetzt bist du gefeuert! Ich bin der Boss. Eine Zigarette. Hier. Für sie. Ich rauche nicht. Riecht du das? Was? Das riecht nach meinem Geld. Oder nicht? Hey Fabio, gib mir bis Freitag Zeit. Ich hab deinen Deal am Start, da kann ich 20.000 machen. Die Hälfte ist natürlich für dich. 20.000, ne? Und das kannst du ja alles behalten. Wie? Wir spielen darum. Also? Okay? Okay. 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 What are we waiting for? I want you to tell me what you're hiding from me. Tell me. Tell me. Tell me now! Fine. I'm sleeping with a stranger. What? What? Fuck! Okay.